Der ist bei dieser Ehebung gar nicht dabei. Ich bin so sauer. 0-1 verloren, ganz normal. Genau Bewegung. Bewegung. Der Stein bewegt sich überhaupt nicht. Genau die Möwe da, genau wie die Michalis. So, keine Bewegung. Aber ich sag mal so, wir haben 0-1 verloren und ich lach das weg. Gestern hatte ich Röteln. Habe ich im Badezimmer mir selber weggelacht. Ich habe ein neues Konzept auch für Michael Rensing ausgearbeitet. Da habe ich gesagt, Michael, wenn der Ball kommt, neues Konzept, Ball kommt, halten. Neues Konzept aus dem USA von SofaSolutions. Da habe ich extra 3 neue Trainer für eingestellt. Michael, Ball kommt, springen, halten. Genau. Habe ich aber auch zu Uli Hoeneß gesagt, Uli, ich brauche mehr Zeit für das Konzept. Hat er gesagt, Jürgen, wenn es so weiter geht, hast du Zeit ohne Ende. Ich habe die Rotation eingeführt in München. Alle rotieren. Rummenigge rotiert. Uli Hoeneß rotiert seit Samstag nachts im Bett. Der Helikopter von Franz rotiert auch. Der hat sogar einen eigenen Rotierer auf dem Kopf. Ich habe auch einen Landeplatz. Genau. Aber ich sage mal so, der Luzio und der Roberto sind in München geblieben. Die haben sich zeitgleich am Samstag zu unserem Spiel, haben die sich auf dem Oktoberfest komplett wegrotiert. Einspielen wir erstmal gegen Lyon, Olympique Lyon. Und dann hat Uli Hoeneß gesagt, Jürgen, wenn du da verlierst, schenke ich dir einen Hammer. Habe ich gesagt, warum? Hat er gesagt, mit dem Hammer kannst du dir das Gehalt für September immer aus dem Kopf schlagen. Genau. Aber ich sage mal so, Olympique Lyon, die Spanier liegen in uns. Keine Bewegung bei den Möwen. Hier, hallo. Bewegung. Hallo, ich komme. Kleine weiße Möwe über Meer und weg. Kleine weiße Möwe fliegt nicht weg. Matze Knob, der Kultkomiker von BILD.de Demnächst unterwegs mit neuer Tour.